1 2 3 10 10 10 11 11 11 mach doch einfach weg wir haben letzten macht doch einfach weg sagst du wirst ja auch nicht gejagt das ist mein leben hier und nicht deins ja du bist ja nicht sofort tot braucht mindestens 2600 punkte auch schade hat extra fähigkeit weggemacht wollte abschmieren abschmieren wollte ja ja ich hab mich enttäuscht hat mich getäuscht fleur nicht du wolltest den killer bei mir abschmieren jay wartet das kann ich mich schon wieder wenden dafür dass sie dich dann gleich abhängt wenn sie die kille an ihr abschmiert dann hat sie also besteht die wahrscheinlichkeit dass du aufgehängt wirst ja aber jetzt sehr zu dir erst noch gerannt ich glaube ich habe meine 2600 punkte schon gleich nur wegen teil hier haben wir ein totem drei komisch aussehenden köpfe ich mache es einfach kaputt ich habe es gerade Er kommt zurück Natürlich kommt er zurück Und schlägt jetzt dich Na, aufmerksame Menschen wissen, wie ich als nächster spiele Wisst ihr, wie ich als nächster spiele? Boah, krass, die hören mir nie zu Er läuft durch die Palette in der Check Fast hätte ich mich freigewickelt Jetzt gucken wir in den Schränken nach Jetzt gucken wir in den Schränken Zwiebel hat er den selben Trick gemacht, ey. Zwiebel hat er dich wieder gehört, oder? Wer kommt immer hierher, Fleur? Ja, ich weiß, ich versuche diesen Jen schon seit Beginn der Runde zu machen. Okay. 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 Das ist da vorne noch eine Palette. Oha, dachte der rennt hier weiter hinterher. Ja, hab ich auch gedacht. Da hab ich mal kurz nicht aufgepasst. Auf. Auf. Ja, aber ich lapp wenigstens weg, wenn ich das nicht bekomme. Ja, Fleur! Warum kann ich keinen einzigen Jen in Ruhe machen? Mhm. Man ist hier anstrengend. Willkommen bei Dead by Daylight. Heute mit dabei, Fleur und Jay. Und der FD steht wahrscheinlich für Freidödel oder so. Ach, nö. Warum macht sie das? Wie meinst du den Keller oder Freidödel? Wie ist man den Keller? Nein, nicht die Kiste, ich wollte mich heilen Ich seh dich Ich weck dich auch Also ich weiß, dass du da bist, aber So, jetzt macht schnell, Jens fertig Ich arbeite dran, aber wir haben Thanatophobia Du bist eben grad unter mir langgerannt, ich bin oben im Haus Okay Ich sitze an dem Gen hier Ich weiß nicht, ob das so clever ist, ob wir uns durch den Gen 3 Gen würden Ich weiß es nicht Nein, tun wir nicht Ja, okay, in einer Reihe 2 Gen, die in der Mitte, die 2, die müssen Wurden eigentlich Was wärs Hast du Jay gehört? Ne, sie hat gesagt, wir switchen uns nicht, oder? Ich hab jetzt nichts verstanden Nein, die sind alle 4 auf einer Reihe Alle geradeaus durch Egal Was macht denn der random? Ach, den Gen Ey, na, soll ich dich abheben? Jo Okay Jetzt hab ich natürlich nicht drauf geachtet, wo die Ausgänge sind Da, wo ich liege, ist ein Ausgang Ich soll auch grad sagen, der andere Oh, hier kann Fleur rausholen Rausholen, runter Und der Ausgang Da hinten irgendwo Oh mein Gott, der ist tatsächlich in den Schrank gegangen Richtung, bei dem großen Holzhaus irgendwo in der Nähe, ne, war der Ausgang? Ja, genau Ich heile mich erstmal Legion kommt zu mir Hat mich rausgeschmissen Richtung großes Holzhaus Was ist Fleur? Schon krass, wir kriegen Rang 8 Killer Und Cleur als Rang 1 Killer Hatte eben 2 20er 6er und 8er glaube ich Als Überlebende Ja Na ja, das Jobbysystem überarbeiten sie doch Wie, wo, wo bist du Fleur? Ich heile grad den random Ich denk ich komm raus Ja, dann beeil dich, du hast nicht mehr viel Zeit Fleur Bin ich richtig? Ja, genau Ich hab ja jetzt nur noch die Fähigkeit weggenommen Oh nein, komm schnell zuschauen Schnell zusammen Komm schon Ah, konnte ich nicht Meine Ich heil dich Ich heil dich Ich lege dich Wir gehen Wir gehen